Ladies and gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Master Builders mit dem Christian, dem Sepp, dem Bram und mir den Peter und es wird ein Hut gebaut. Oh, ein Head. A Head. Okay. Ein Head, ja okay. Da kann man jetzt auch ein bisschen größer werden, glaube ich. Okay. Haben wir einen Hut nicht schonmal? Ne. Keine Ahnung. Ich nicht. Äh. Aber so, alles weg. Ähm. Was nehmt ihr denn für einen Hut? Melone oder Zylinder oder? Cowboy-Hut-Pedal. So, ganz klar. Cowboy-Hut geht nicht. Achso. Das ist ja anscheinend auch. Im Endeffekt auch ein Cowboy-Hut ist. Und ich habe keine Ahnung, was ich hier gerade machen. Ich habe auch noch nicht wirklich eine Ahnung. Ich habe einen Pick gemacht auf dem Boden. Ah, das sieht doch gut aus. Ah, vier Minuten noch. Das könnte knapper werden, als ich erwartet habe, tatsächlich. Na, für mich leider auch. Ich habe das viel zu groß gemacht. Ja, ich zum Glück nicht ganz so, aber... Ach, weißt du was, das wird sowieso nix. Ja, ich habe das schon wieder viel zu groß gemacht, als wenn ich die letzten dreieinhalb Minuten noch einen Hut hinkriege. Bullshit. Tryhard, ich habe es auch zu groß gemacht, aber ich mache Tryhard. Boah, ich muss auch schon mega Tryharden, ey, ohne jetzt einfach einen dicken Klumpen. 3,4 Minuten noch. Das ist noch viel Zeit. Ah, das ist alle Zeit der Welt. Hopp ich. Ja, hopp ich. Ich habe mich verschätzt, ey. Scheiße. Ja, richtig schicker Hut. Was? Kann ich auch alles auf einmal weg machen? Weiß ich gar nicht. Weiß ich auch nicht. Boah, Alter. Schneller bauen. Zu groß geplant. Ja, echt mal, ey. Ohne Witz. Ja, 1, 2, 3. Wird das jetzt zu klein? Boah, das wird jetzt zu klein. Weg. Weg. Ah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, 2 Minuten. Oh, no. 2 Minuten, Mama. Was mache ich denn da? Ah, Gott. Wir bauen, wir bauen, wir bauen. Was schön ist, wir bauen, wir bauen, wir bauen. Ist jetzt. Alter, die Knappe. Boah, das ist der Knaller, ey. Mich hat das entspannt, da konnte ich mich besser... Mich riecht halt auf, ich kann mich da überhaupt nicht konzentrieren. Ich bin mehr Kreativität eingeschränkt. So, bauen wir den ganzen Scheiß hier einfach mal ab. So, ich mach gar nichts. Wir bauen, wir bauen, wir bauen. Alles weg. Oh Gott, hoffentlich wird das nachher wie ein Zylinder aussehen. Ich bin mir nicht sicher, wie viel 1,4 Minuten noch. Okay, das ist alle Zeit der Welt. Das ist mega viel Zeit. Ich muss erst mal all den Scheiß, den ich da vorgebaut hab, wegmachen. Scheiße, Alter. Wie das aussieht schon wieder? Ich hab schon wieder den absoluten Scheiß und Blend gebaut. Boah, ich hab so was Schönes im Kopf gehabt, ne? Aber mit so viereckigen Blöcken ist das echt auch ein bisschen schwierig. Ja, das ist... Alter, eine Minute noch. Never. Das hab ich nie. Ahhhh! Ich nie. Oh Gott. Das schaff... Moment, wir müssen das bauen. So, so. Ah, jetzt. Das sieht aus wie... Wir sind ein Raumschiff. Schaff ich noch eine Ebene? Ne, ich glaub nicht. Okay, komm. Pass auf. 30 Sekunden noch. Boah, jetzt ist noch so eine geile Krempe hier vorne ran. Komm schon! Komm schon! Oh, dat wird böse. Ja, dat wird ein Foto-Finish. Das wird richtig... Fertig! Fertig! Ja... Ja... Okay. Ich geb auf, ich geb auf. Ich geb auf. Ich geb auf. Ich geb auf. Ja. Fertig! Ich geb einfach ab. Oh mein Gott, Alter. Boah, ist der Knaller, ey. Das ist wunderschön geworden. Was? Was? Das ist Thema verfehlt. Es ging darum, einen Hut zu machen und nicht irgendwie ein Rest. Ja, echt? Was ist das denn? Das sieht schon ganz witzig aus. Er kriegt ein Okay von mir. Er kriegt ein Mäh. Ja, okay. Also das Problem ist, der Hut ist halt erstens nicht... Also erstens schwebt der... Was machen die denn hier alle? Ja, die machen alle einen Zauberer. Das ist auch okay. Aber ist halt ein Zauberer oder irgendwas... Wieso ein Zauberer überhaupt? Ja, sieht aus wie ein Zauberer. Weil er einen Hut anhat, Peter. Weil er einen Hut anhat. El Capone war ein Zauberer. Ja, jetzt kommt Jamie wieder. Wer ist El Capone? Der hat sich aus dem Gefängnis rausgezaubert. Ach guck mal, ist das nicht das Ding, wo die ganzen... Wo die ganzen... Ähm... Das ist zumindest der. Aber das sieht aber irgendwie ein bisschen... Na ja, aus. Das ist okay. Ich finde, das ist meh. Ist das nicht... Hier, was in Mekka steht oder so? Der komische Würfel, wo der Hut drüber ist. Ach du heilige Scheiße! Was ist das? Das denn? Das ist ein Flugzeug. Das ist Papierflieger. Wie geil. What the fuck? Das ist aus Star Wars. Das ist aus Star Wars. Das ist aus Star Wars. Auf jeden Fall. Das ist ein interessanter Hut. Also my eyes are bleeding. Ich hab vielleicht nicht genug Zeit gehabt. Das sind zwei Hüte. Was ist denn das andere? Keine Ahnung. Das ist ein Scheißhaufen und ein Hut. Ich glaub, das soll ein anderer... Ich war immer noch auf den richtig geilsten Hut hier. Bis jetzt hab ich noch nicht einmal mehr als ins Okay gegeben. Okay. Sepp, was waren denn das braune? Ja, das sollte einfach noch ein zweiter Hut werden. Weil das erste war nicht gut genug. Was ist denn für ein Hut? Schlechter. Ja, das sieht auch okay aus an sich. Das ist von Peter. Kriegt ein my eyes are bleeding. Das ist von Peter, ja. Das ist okay. Schön, Peter. Hast du okay gemacht. Okay. War ich nicht? Ja. Peter hast du schön okay gemacht. Hat von mir auch... Hat von mir auch... Hat von mir gut gekriegt tatsächlich. Das ist... Hat jemand auch zu wenig Zeit gehabt? My eyes are bleeding? Auf jeden Fall. Der ist nicht fertig. Vor allen Dingen ist der mega farblich interessant. Der sieht ein bisschen aus wie ein Spaghetti-Eis oder so. Ja. Jetzt hab ich Bock auf Spaghetti-Eis. Ich hab gestern ein Spaghetti-Eis gegessen. Ich hab gestern ein Spaghetti-Eis gegessen. Oh, der ist gar nicht so schlecht. Der ist nicht so anders wie die anderen, weißt du. Der schwebt. Aber der ist in der Luft. Ist okay. Ich find den gut. Ja, ist okay. Ist gut. Ich find den gut. The Sonic Foes. Den find ich gut. Den find ich gut. Den find ich gut. Was ist da auch? Was ist denn? Ein Penis. Ein Penis und ein Hut. Auch ein gut. Was ist denn das für ein Penis? Ich glaube, der hat vorgehabt, einen Schirm zu machen und eine Melone. Oh, das kann sehr gut sein. Das wäre dann geil gewesen. Und ich hab vergessen zu voten. Scheiße. Ich hab bei Sepp leider vergessen zu voten. Der ist viel zu hoch. Der ist einfach ein Steinhut. Das sieht komisch aus. Das sieht aus wie ein Grabmal. Ja, das ist halt echt so. Warum brennt denn der Hut? Weil die Effekte geil aussehen, du Arschloch. Das war Christian. Okay. Kabum. Das ist schon wieder ein Mecker. Das ist auch wieder ein Gut. Der ist der gleiche Hut für die anderen nur in groß. Ja, aber guck mal. Das ist... Ich weiß nicht. Okay. Der ist mega stressig gewesen. Okay. Oh, dafür habe ich jetzt mal 1 Ablidian gegeben. Das tut mir leid. Oh! Nein, ich hab ein Okay gegeben. Yeah! Aber wir waren alle Kacke. Fehler! Aber ich war immerhin der Beste von den Kackigen. Gut ist aber auch echt schwierig. Gut war aber echt schwierig. Gut war aber echt schwierig, ja. Oh yeah. Hoffentlich kriegen wir immer etwas anderes als Hut. Hut ist so... Hut... Da hast du jetzt aber auch gesehen, da hat so niemand so... Alter Vater, das hat mich jetzt von den Socken gehauen. Sondern das war alles so... Ja. Ja. Das ist halt zu wenig Zeit. Ja, ist halt zu einfach auch. So ein Hut einfach... Nur so ein Hut. Weißt du? Es... Du kannst nichts Komplexes da... Ja, bei dem Hut kannst du auch nicht das irgendwie clever runterbrechen. Auf irgendwas Kleines oder so. Ja, das meine ich halt. Das ist nur so ein... Da malst du so einen Zylinder. Ja, wow. Haben ja auch fast alle. Wobei... Die, die, äh... Indiana Jones Hut, beziehungsweise Cowboy Hurt machen wollten. Die Versuche sahen ganz interessant aus. Dafür hast du dann echt... Ja, meiner war ein brauner Kackhaufen. Ja. Und der war eigentlich noch viel größer. Aber das wurde halt nichts. Das war einfach... Ne. Ne. Das heißt, du hast die ganze Zeit investiert, um den Scheiß wieder abzubauen. Ja, genau. Ich hab eigentlich einen riesengroßen braunen Hut angefangen. Dann hatte ich den... Großen... Den großen Kackhaufen fertig. Dann hab ich gedacht... Ne, das geht doch gar nichts raus. Ich hab den... Ich hab den halt viel zu groß gemacht. Der wäre nie fällig geworden. Der hätte wahrscheinlich besser ausgesehen, aber... Der wäre eigentlich fällig geworden. So, komm. Jetzt... Jetzt will ich was. So, jetzt aber. Yay. Jetzt bauen wir ein... Auto. Hasen. Helicop... Oh, nice. Okay, easy. Das ist easy. Geil. Und das. Und das. Brauchst nur zwei Steine. Was? Ja. Ich hab zwei Steine nebeneinander gemacht. Jetzt... Jetzt ist der fertig. Okay. So, wie machen wir das jetzt am nächsten? So... So, jetzt dürfen wir mal zeigen, was wir hier können. Als Maschinenbauer habe ich natürlich hier geringfügige Vorteile. So. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das sieht man auch schon. Äh, fühl ich jetzt hier gerade scheiße. Ich glaub nicht, wenn wir als Maschinenbauer Vorteile haben, sollte es ein Helikopter zu bauen. Aber ich halt genau weiß, wie so ein Ding aussieht, ne? Black Hawk Down gesehen. Ich weiß auch, wie so ein Ding aussieht. Was? Okay. So einen machst... Achso, du machst Tanenmuster, oder was? Oje. Oje, meiner war nicht gut. Oje. So hübsch wird meiner auch nicht, ne? Das geht schon. Hübsch wird meiner auch nicht, aber ich hoffe, dass man meinen erkennt. Ja, das wär schon, das wär schon was, ne? Das wär echt schon mal so ein kleiner Vorteil. Bisschen aus wie so ein Helikopter aus Ducktales, wenn ich ganz ehrlich bin. Hahaha. Ducktales, wuhu. Ducktales, wuhu. Okay. Ich hab aber wieder keine Ahnung, was ich hier tue. So. Boah, das wird aber ein fettes Ding. Ne, das will ich eigentlich gar nicht. So, die Höhe 3. Das ist ganz wichtig, ja? Höhe 3. Ja. Okay. Dann die Kufen. Könntest bei Brom voll was abgucken hier, ey. Kufen. Ja, Kufen. Ganz wichtig. Ja. Ne, die Kufen war schlecht, die zweite. Echt? Ja. Hast du wieder weggemacht? Ne, hab ich wieder weggemacht. Und jetzt die Rotoren. 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 So. Und die mach ich. Und. Irgendwie ist das nicht so geil, wie ich mir das vorgestellt hab. Bei mir auch irgendwie so geht's auch. So. Könnt noch ein bisschen geiler werden. Und die Luke. Mist, Alter. Sitzt da. Klick, klick. Okay. Und ein Rotor. Einen Rotor hab ich auch. Wie brauche ich denn den? Ich glaube am besten brauche ich den mit. Ne, die Rotoren müssen länger. Wie lange haben wir denn noch? 1,7 Minuten. Okay. Hoppala. Und dann, da soll ich nicht bauen. Maxi. Döööööööööööööööööhhh... Pröge ich auch mal damit. Nah... dat ich... ëÄ hasi... . Irgendwie... Scheiße, der sieht irgendwie nicht richtig aus. Macht es das besser? Nee. Scheiße. Meiner sieht richtig geil aus. Meiner sieht so scheiße aus. Okay. So. Also ich würde sagen, das, meine Damen und Herren, könnte der Durchbruch sein. Nee, das könnte aber zumindest erkennbar sein. Das ist schon mal wichtig. Erkennt man meiner wie ein Fall, aber... Das ist trotzdem... 34 Sekunden haben wir sogar noch Zeit hier für eine Veredelung. So Notleuchten. Das ist hart. 15 Sekunden. Gott. Ich will nicht sagen, Meisterwerk, ja, aber... Erkennbar. Vielleicht hätte ich ein paar verschiedene Farben nehmen sollen, nicht nur eine. Ja, meins ist halt auch so... Oh, fuck. Ah, fuck, ich hätte noch was machen wollen. Das hätten wir noch hingekriegt. Die Timmel ist ob. Oh, Mensch. Okay, der ist schon besser als meiner. Okay, der ist schon gar nicht so schlecht. Das sieht sogar gar nicht so schlecht aus. Kriegt von mir jetzt schon ein Amazing. Ja. Und Spaß. Ja. Oh Gott, ich habe das Ding hinten vergessen. Oh, wie nubig. Das ist nicht sacht, aber ich habe einen Vorteil gegenüber, Peter. Peter kann sich nicht drehen. Ah, der ist natürlich ein bisschen abstrakter. Warum habe ich meinen wieder so kompliziert gemacht? Das ist auch ein Amazing. Auch ein bisschen abstrakter. Na, ist gut. Das andere war besser, finde ich. Danach muss ich jetzt immer gehen, so ein bisschen. Genau, man hat ja so eine Messlatte. Oh, was ist das denn? Das ist schlechter als der vorher. Was ist das denn? Das sieht echt schlechter als der vorher. Alter. Das ist ja eine fliegende Festung, oder was? Mehr kriegt der nicht, aber ein okay. Das ist ja ein okay, aber... Ja, ich finde es auch okay. Alter, der ist fertig geworden, hat es sieht aus wie ein Helikopter. Guck mal, Bram. Bram, schön. Oh, was ist das denn? Shit, ey, wieso? Alter, fall da. Warum habe ich meinen so kompliziert gemacht? Verdammte Scheiße. Der finde ich auch geil. Ja. Mir auch gut. Mir auch gut. Oh Gott. Ich habe auch keine gute Sachen. Ich habe die Rädchen. Ah, ne, ich brauche keine Rädchen. Ha! Du brauchst keine Rädchen. Der sieht auch gut aus. Das ist aber auch nicht schlecht. Da sitzt doch einer drin. Der ist amazing. Der sieht sogar aus wie eine Patchy oder so. Ja, richtig. Stimmt, der sieht echt ein bisschen aus wie eine Patchy. Ja, weil er halt so grün auch ist. Der hat aber unten keine Kufen oder Räder. Also dafür waren die anderen Detailverliebter. Die anderen hatten auch Türen und Fenster oder so. Oh, der ist aber ein bisschen komisch. Der hat sich Qualm gemacht, aber dafür sieht der scheiße aus. Der sieht echt ein bisschen komisch aus. Der ist vorne länger als hinten. Das ergibt keinen Sinn für mich. Und der hat vorne einen Rambock dran. Das soll wahrscheinlich das Maschinengewehr sein. Ja, ja, ja. Naja. Oh, guck mal, ein fliegendes Haus. Der sieht auch irgendwie aus. Nee, der sieht so gut aus. Nee, der sieht nicht so gut aus. Na, ist aber ein... Also in Relation zu den anderen kriegt der halt nur ein It's Okay. Da sind die Proportionen aus. Ich finde den gut. Der hat von mir ein Gut gekriegt. Ja, ein Gut, ja. Aber die anderen, die waren halt noch ein bisschen mehr gut. Hat Leergut? Leergut, ja. Mehr Gut. Der sieht scheiße aus. Der sieht so ein bisschen aus wie bei Dragon Ball, diese fliegenden Kapseln. Der schlechteste aktuell. Warum regnet das hier? Das ist kacke. Allein deswegen kriegt das schon eine Abwertung. Ich hasse Regen. Oh, Peter, schade. So Regen hatte ich leider nicht gut. Ich kenne zu, der war nicht gut. Da habe ich mich nicht gerade mit rum bekleckert. Vor allem die gelben... Was sind denn die gelben Dinger da an den Seiten? Nice. Guck mal hier und sagen... Oh, wir waren nicht so gut. ... und sagen wir, der Apache hat gewonnen. Nee, doch nicht. Hä? Der hat gewonnen. Der? Das ist ein bisschen schade, ehrlich gesagt. Nee. Der andere hatte nicht mal Kufen oder Reifen oder so. Der hatte keine Türen, er hat nur einen Fischler. Ja, das ist richtig. Ach ja, aber ein schön... Ich sage doch, als Maschinenbauer habe ich einen leichten Vorteil. Ich weiß nämlich, dass hinten noch ein Propeller dran gehört. Boah, der hat zumindest ein Vorteil mir gegenüber. Zumindest Peter gegenüber. Ach ja, aber dann danke schön fürs Einschalten hier beim Minecraft Builder. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut rein. Tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss.